Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Borderlands 2 mit Schnorrer und Fubar und... ...und... 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 ...und so... Krasser Scheiß! Aktivier mal die Schnellreise! Krasser Shit, Alter! Vor allem ist das sonst wo jetzt gewesen? Wie sonst wo? Achso, ich bin ein Meter weit weg von... ...da, wo wir eigentlich... ...und da, wo das schon gesehen hat Oh, die Küste ist ja offen? Nee, ist ja nicht offen Ja, ich dachte, weil es grün ist Jetzt ist er offen Toll Sniper Rifle Schaden Einfach nehmen Nimm dir doch Was soll ich denn damit zur Not verkaufen? Bring noch ewig viel Kohle Alter, mach noch einmal auf Haufen Nebenquests hier wieder Guck mal, Granaten Uh, die ist gut Die ist ja noch besser Welche nimmst du? Nimm dann die rechte, wenn du die linke haben willst In mir ist das Schnurz Das ist beides besser, als was ich hab So, wer jetzt auch beide nehmen kann So, dann tausche ich grad mal die Garnelder aus Hey, unter uns! Es war Hark! Der ist echt ein Fensterer Typ! Zwing mich nicht rüberzukommen, Gatter! Gibt's noch ne schöne Shotgun Hast du schon wieder geöffnet? Nein! Würde ich niemals machen Ja Na komm, einmal geht noch Guck mal hier, so ne schönen pinken Pistole Ich hab schon besteres gesehen! Wird's davon deine? Ich guck grad mal Ich hab 108 Ist das meine Pistole? Ne, das ist meine Macht meine 192 Äh, die macht mehr Damage, die ich momentan habe Aber die bringen gut Geld Oho! Die Shotgun ist echt, gell? Mit Zivi Welche Shotgun? Wird ich hier aber Alter, da hast du zu viele Schlüsse? Ja Wird ich schon wieder auf, ey? Solltest du vielleicht ein paar aufgeben, viel später? Das ist so ne... ne, das ist ne Pistole rechts, ja Beide bitte Ja, nimm mal beide bitte Nichts gar, ob ich noch so viel Platz hab Na, das sind beide schlechter, Scheiße Du hast nichts gegen was in der Hand Du hast nichts gegen was in der Hand Zeitverbreitung Das reicht Klappegatter Was, Klappegatter? Na So So Wo kann man hier verkaufen? Äh Hier unten müsste theoretisch auch in der Seite sein Ja, hier hinten ist Achso, das war der Schwarzmarkt hier Haben wir doch schon Iridium wieder? Ich guck mal 18 18 Oh, gut Ähm Schottgenmonie muss ich glaub ich mal nehmen Ah, jetzt können wir die in Enequist auch abschließend cool. Ja. Mache ich mal schnell. Diese Motzja, die bringen ja richtig Kohle. Mein Rache-Durst fordert, dass ich ihn töte. Heute, mein Freund, wirst du der Arm meiner Rache sein. Hier, nimm meine Hand. Nimm mal seine Hand bitte. Ach so. Hey lol, dein Arm. Oh, Slappy hat mir bei unserem letzten Zusammenstreffen einige Gliedmaßen abgenommen. Ich hoffe, der Geruch meiner Extremitäten wird ihn aus seinem Versteck locken, um es zu Ende zu bringen, sozusagen. Platziere meine Hand vor Slappys Bau in den Highlands. So, wo war jetzt hier der Verkaufsabend? Überall. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Welcher Verkaufslagen? Sollst du den Arm platzieren? Mensch, dann müssen wir doch hier weg. Hä? Nein. Doch. Oh, zeig ich drei Granaten... äh, Raketenwerfer. Ah, drei. Jetzt nur mit drei. Ich auch nicht. Wenn ihr das hört und nicht zu durchgeknallt seid, um zu verstehen, was ich sage, dann kommt nach Sanctuary. Es ist mir egal, was Jack euch erzählt oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Hyperion-Armee kommt, um euch auszulöschen. Wenn ihr überleben wollt, dann schnappt euch eine Waffe, kommt nach Sanctuary und schließt euch den Crimson Raiders an. Okay. Ist du ready? Warte. Noch die kurze, schnelle Sache, dann... Die eine kurze, schnelle Sache. Wenn die Maus macht... So, jetzt bin ich ready. Wofür? Achso, ich wollte gerade fragen, wofür eigentlich. Zum Risen. Horizon. Jetzt machen wir die Nebenquests da, oder was? Ja, okay. Na, weiß ich nicht, platziere den Arm, steht da. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich es, wenn du leben willst. Kauf bei mir. Oh, maximale Gesundheit im Abzug, das will ich nicht. Hm. Ich verarzte dich jederzeit. Wir wollten mal gucken, was habe ich denn von Artefakt überhaupt drin? Artefakt. Sniper Rifle Schaden. Stimmt, jetzt könnte ich auch mal gucken, was ich drin habe. Noch mal plus 72% Gesundheit. Ich hoffe, es hat neue Stärkefähigkeit. Ups, ich werde angegriffen. Frechheit. Ja, von der Seite. Wieder hier diese ollen Fischer. Aber nüt wird so im Geh. Hinter dir irgendwie. Auf dem Dach hier. Ja, stimmt. So. Hattest du eine Pistole mit Granaten zum werfen, oder so? Ne, die wirft da, sobald das Magazin aller ist. Ne, meine ich da. Pistole zum Granat. Ja, das ist eine Shotgun. Die finde ich ganz gut. Plus 8% mehr Gesundheit. Ich glaube, ich nehme das mal. Das ist eine Pistole mit Granat. Oh, diese Pistole. Die Shotgun ist echt richtig gut, ja? Du musst ja nur immer drauf achten beim Nachladen, dass du das auch dann in die Richtung... Und du darfst nicht zu früh nachladen, weil die Muni ist dann trotzdem weg. Achso, das ist ja doof. Ja. Also du darfst nicht einmal schießen und nachladen, dann sind die ganzen Schoß weg. Die Pichern, ja. Und du darfst nicht immer... Etwas. Noch einer. Oh. Na toll. Jetzt komm der Flieger-Dinger. Da unten sind wieder ein paar Robotä. Die kommen da wieder hoch, gestrickt. Ja. Ja Ich bin schon ja fast da ohne, gibt's nicht Hä? Alter ist doch die gleiche... ...web wie ihr? Pass auf, jetzt kommen wir bestimmt dahin, wo du vorher warst Weißt du? Wo ich vorher war? Auf der Brücke? Ja, da wo du... ja ja Die Küsten sind ja alle nur auf Das wär schlecht Dit ist ja auch mal schlecht, ich hab gar keine Minya gleich hier drin Nee, wir müssen hier irgendwo hin Aber ich denke mal nicht, dass wir unbedingt ins Wasser sind Nee Aber hier ist das groß, hier unten muss es irgendwo sein Ich komm okay Ich spring jetzt einfach mal hier runter Ja, meinst du nicht, wir müssen da auf die andere Seite lang? Da sieht aber aus, als ob das mitten im Wasser wär Ich geh mal rein Oh, passiert nichts Ah, hier Ja, der ist doch da Und die kommt man hier wieder hoch? Gar nicht Ach du Scheiße Sonnvieh wieder Ich mach gar kein Damage Ja, ich auch irgendwie nicht Ich sehe gar keine Anzahl Ach, hier hinten ist ne Leiter Hüte dich vor Slappy Stentakel Du kannst sie zwar zerschießen, aber sie regelmäßig mit der Zeit Oh, wo ist ne Leiter? Ich bin fast wieder tot, ey Hier, bei mir Ich geh grad hoch Toll, falsche Richtung auch noch Na toll Na toll Ich komm wieder runter Welche Augen? Von dem Vieh Ist gleich down, das ist gut Huh 5.000 Und Iridium Nice Sterbe Hol meinen Arm Und komm bei Gelegenheit zurück Warte, jetzt soll man den Arm wieder mitnehmen Ja, echt mal Das ist... Was ist das für ein Schwachsinn? Das ist ja jetzt wirklich Schwachsinn Toll, das heißt wir müssen nach oben Und da ist aber schon Besuch Hä? Du bist schon oben? Ah ne, doch nicht Nein Oh, mit einem Schuss, sie killed, geil 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 Die waren ja schon angeschlossen Nö, ich glaube nicht, die beiden eben Ich bin mir nicht sicher Und jetzt werden wir wieder zurück, oder was? Hä, wieso hatte die Waffe jetzt automatisch aus... Oh, leck mich doch Was hast du die? Ich wollte eigentlich Munition aufsammeln, hab dann wieder gedrückt gehalten Ja, und die Waffe aufgenommen Ja Und automatisch gleich Eingetauscht Die sind ja auch noch von den Selbstmordmodus wechselt, wenn ausreichend Abstand zu Hyperion So, wir sind ja jetzt hier mal runtergehüpft, wie kommen wir denn da überhaupt hoch? Hier links geht's hoch Wo sie hier rumlaufen Ups, meine Maus Warte, du hast ne Maus gefunden? Ja, ich hab ne Maus gefunden Krasser Dude Lacht er über seinen eigenen Mist Für ein Reiseportal, oder? Jo Krasser Scheiß Oh, schon krass Na ja, oh schon krass Oh, ne Shotgun, toll Einfach glücklich Ist sogar ganz gut, glaube Das heißt, mein Herz ist schon wieder Level ab So, und wir machen einen Folgenpolizei, ne? Was? Ja, ist schon wieder so weit Krass Ja Ja Achso, die kann man erst ab Level 20 nehmen die Shotgun Wir sind nicht mehr, egal, ist eh schlechter Na gut Spitze Bedanke dich Ciao Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal